Telekom präsentiert den Telekom Mario Kart 8 Cup. Racing tifft Highspeed im besten Netz. Zeig was du drauf hast und fahre im Team mit deinem Let's Play Star Mario Kart 8 auf der Gamescom 2014. Suche deinen Racing Partner, zum Beispiel LeFloid, Ungespielt, Dena oder Space Frogs. Überzeuge deinen Let's Player mit einem Video. Nimm ein Video von maximal 30 Sekunden auf und zeig deinem Let's Player, warum du der ideale Teampartner bist. Bewirb dich jetzt unter telekom.de slash Mario Kart 8 Cup. Sei live am 14. August auf der Gamescom dabei, wenn sich die Teams spannende Rennen liefern und um den Telekom Mario Kart 8 Cup betteln. Oder schau dir das Rennen im Livestream auf telekom.de slash Mario Kart 8 Cup an.